Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, ja Erinnert mich daran, dass ich eigentlich auch noch studiert haben wollte Aber mit 34 nochmal anfangen zu studieren Keine Ahnung, für 3 oder 4 Jahre Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz das Wahre Abgesehen davon Ich kriege ja nicht mal mehr BAföG oder irgendwelche anderen Sachen Würde ich jetzt mal nicht denken, dass ich sowas kriegen will Oh, es wird kälter Es wird langsam Herbst Aber ganz ehrlich, die Haare von dem Pferd haben sie cool gemacht Ja, der hat einen schönen Mittelscheitel Haben wir hier sonst irgendwas? Nö Kann ich da hinten? Ja Wollte gerade sagen Ja, da kann ich rein Ich hasse den Namen Hör auf zu nörgeln Es müssen einige sein Für so ein Vorhaben Ob wer in meinem Alter dabei ist? Keine Ahnung Na, das könnte aber sehr gut sein Denk mal nicht, dass du das einzigste Kind noch bist, was hier lebt Oh 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 Link, nach Ronan Bleib beim Pferd Bist du sicher? Ja, ich will nicht Dass er wegläuft Bin gleich zurück Das hört sich nicht gut an Von wo kommt das? Oh nein Oh nein Verdammt der Scheiße Das sind eins, zwei, drei, vier Nein Geht weg Ah Frisch meinen Flammenwerfer Oh Nein, 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 nein Geht weg Schnauze Schnauze Na Bitch Boah Was war das? Oh man Tatsächlich? Naja Nur mit dem Unterschied, dass du jetzt da oben Ich bin gerade am überlegen Wäre das eigentlich eine gute Option gewesen? Ich meine Immerhin Müssten die Oh Immerhin Müssten die dann ja immer noch oben sein So gesehen Es sei denn, denen ist das Essen ausgegangen Dann natürlich nicht Ne, ich wollte So Bandtafelnotiz Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln Bitte sparsam benutzen Wir haben bald kein Benzin mehr Kein Saft Tja dann Geht's wohl dann doch erst nach oben Aber ich geh mal hier oben erst Ist bestimmt so ein Durchgang Oder auch Nicht Billen Ich liebe Billen Was haben wir sonst noch alles Schönes? Ähm Ein Ausblick Einen tollen Ausblick Da sind die Kabel Hier geht's Ähm Ah Okay Dann schauen wir uns hier doch mal um Hier ist schon mal der Generator Sonst Da haben wir sonst nichts Gehüpf Auf dieser Seite Haben wir sonst auch nichts mehr Ne Und am Fenster haben wir hier Balkon haben wir hier Wow Das Gelände ist ziemlich groß Jupp Ja dann Würde ich mir sagen Machen wir mal den Generator an Jupp Jupp Und Noch ein So wie war das aber Viel Benzin hat er nicht mehr Ne In dem her Sollte ich jetzt Zusehen Dass ich irgendwie Schnell runterkomme Tü 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 Lasst euch Zeit So eine halbe Stunde Ich bin fast gar nicht Bis in Drei Tagen da Okay war doch ein bisschen schneller Groß werden Ach Quatsch Nein wirklich Sing etwas Na los Ich lach nicht Das wird nichts Joan Bitte Na Singt da jetzt Singt da Nein Er singt nicht Na Toll Also keine Gala heute von Joel Der könnte bestimmt gut singen Wenn er sich ein bisschen anstrengt Mit seiner Kratzstimme Obwohl ich muss ehrlich sagen Die Stimme von Joel ist Doch für ein Für ein Für ein Gamecharakter Jetzt im Allgemeinen Ist wunderbar passend Joel ist zwar jetzt ein bisschen älter Aber Es passt Richtig gut zu ihm Also Von der Stimme her Muss ich ehrlich sagen Auch die von Ellie passt gut Haben sie mal bei der Synchro Nicht gespart Muss ich ehrlich sagen Also Ja sehr positiv Und dieser Offene Raum Hier Ich weiß noch nicht so ganz Was ich davon jetzt halten soll Okay Das Ding ist auf jeden Fall Abgesperrt Da komme ich nicht weiter Da oben wird es weiter gehen Schaue ich mich hier jetzt Erstmal noch ein bisschen um Oh kann ich da runter Kann ich da rein Äh nein Hier oben ist natürlich auch nichts Sag ja Warum gucke ich mich überhaupt um So Schnauzer Fall Jetzt höre ich aufzulaufen Jetzt gehe ich wieder aufs Pferd Weil das Pferd ist denke ich mal ein bisschen schneller Ach gut Na komm Los Ja Heute Hü Spring Ja Eine ganze Arte Affen Hier sind Affen Tja scheinbar hat sich die Natur mittlerweile Ihr Eigentum zurückgeholt Wie es aussieht Und wohin jetzt Stadion Das war richtig toll War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe Haben wir hier irgendwas? Nö natürlich nicht Man hat dieses Ding einfach nur hingestellt Damit es da ist So gesehen Na los Und da rüber hüpfen Hallo Ich hatte Ö Ja toll Scheißgaul Kriegt auch nichts gebacken Ey Sondern wir haben Ja Aber da hinten können wir durch Ich gehe jetzt mal Einfach davon aus Dass der Rest hier leer ist Ja oder Auch hier ist keiner mehr Was ich mir mittlerweile Er vorstellen kann Also wir sind die ganze Zeit Auf der Reise Nach der Suche Hey da Fireflies Naja Scheinen sie ja vielleicht Doch hier zu sein Die Frage ist nur wo Ja Und jetzt zum Tor Bin gleich wieder da Ich warte Ja auf der Warte ist am Tor Oder was? Okay Da oben müssen wir hin Aber das wird wohl nichts Das haben sie wohl Hingebastelt Da hinten ist ein Generator Ah knapp vorbei Ich sehe es Okay du bleibst hier Und Hältst das Pferd Warum hältst du nicht Das Pferd Tut mir leid Aber ich bin nur nervös Tja Typisch Disconnect Generator When not on duty Okay Generator abschließen Wenn man nicht auf Wache ist Oder halt nicht auf Dingens halt Aber die Frage ist Wie zum Henker Okay Du auch Noch mehr Pilliges Was haben wir hier noch Oh ja Muttern Ich liebe Muttern Und ich liebe Pillen Und ich liebe meine Schrotplinte Was haben wir hier OEC Campus Plan Den könnten wir vielleicht gebrauchen Oder auch nicht Oh nein Ich ahne Schlimmes Klicker Bitte nicht Die sind doch immer in Gebäuden Drinnen Okay Und was haben wir hinter Tor Nummer 1 Hey Eine Siftbude Lappen Aber ansonsten Nein